Herr Prof. Kruse, Sie haben vorhin von neuen Modellen gesprochen, wo die Regierung auch fieberhaft nach sucht. Jetzt ist hier die Frage, und das ist ja bei den Digital Natives sehr häufig der Fall, dass viele aus Idealismus viel Power da reingeben. Wie könnte ein Geschäftsmodell aussehen, was wir vielleicht noch nicht kennen, weil ich glaube, darum geht es ja, mal was Neues zu kreieren. Und auf der anderen Seite auch die Frage mit dem Wachstum und den Grenzen. Also ich denke, wir sind jetzt an Grenzen gestoßen, das ist vielen bewusst geworden. Was kann es da für eine Lösung geben in Zukunft? Weil ich denke, ein Idealismus ist bei vielen Leuten gegeben, aber das hatten wir auch schon häufiger in der Gesellschaft in verschiedenen Epochen. Aber an welcher Stelle könnte es heute vielleicht weitergehen? Ja, wenn ich das genau wüsste, würde ich jetzt den Nobelpreis beantragen. Also das ist ja genau der Punkt, wo meine Frustration herkommt. Also ich bin bestimmt bereit, mich da reinzuwühlen bis zum Gehen nicht mehr. Und manchmal sagen die alle hier, der Mann hat nicht alle Bälle im Tor, der ist nie zufrieden und probiert und probiert und probiert. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass wir bei der Größe nicht mehr in der Lage sind, das zu handeln und dass die Modelle, die wir haben, nicht adäquat sind zu dem, was wir vorhaben. Und ich empfehle einfach nur das gemeinschaftliche Anerkennen der Notwendigkeit der Suche. Weil ich habe immer den Eindruck, die Leute machen im Moment so etwas wie magisches Verhalten. Wenn Menschen gar nicht mehr klarkommen, dann machen die Voodoo-Puppen oder sowas. Das heißt, die gehen einfach hin und machen irgendjemanden verantwortlich oder fangen an, kennen Sie das? Wenn man früher, war das so, wenn alles nicht mehr funktioniert hat, dann wisperten sich die HR-Leute so, HR wisperte sich dann Kultur zu. Sozusagen als das Softeste aller soften Themen, mit denen man alles erklären kann. Da muss ich gleich einhaken. Ja, klar. Just mal im Chat ist die Frage gekommen, ob nicht die Antwort der Fragen in der Religion zu finden ist. Ja, das ist jetzt interessant, dass das gesagt wird, weil wenn Sie in einer Situation sind, die sozusagen komplexitätsmäßig sehr hoch ist, dann ist es eine konsequente Antwort, nach eher spirituellen Ordnungsmustern zu suchen. Das heißt, je mehr Sie die Komplexität auf der operationalen Ebene erfinden, desto höher gehen Sie in der Suche nach dem stabilisierenden Anteil in den Wertemustern. Das heißt, wenn Sie in einer Welt sind, die so operational überfordert, geht der Mensch automatisch auf Suche nach den höchsten denkbaren Wertesystemen. Und das größte Problem, was wir in einer hochvernetzten Welt haben, muss ich dann auch so sagen, und da habe ich wieder Angst davor, Sie merken, so ein Basispessimismus kommt manchmal, ist der Konflikt der Wertesysteme. Wenn wir das nicht hinbekommen, zum Beispiel Islam und Christentum auf eine gewisse Art im Diskurs zu halten, wenn wir das nicht hinbekommen, dort eine Harmonisierung der Wertesysteme hinzubekommen, bekommen wir einen fraktalen Krieg. In einem Netzwerk ist die höchste Ebene die stabilisierende. Das heißt, die Werteebene stabilisiert. Und wenn ich die wegnehme, fangen die Systeme an zu driften, und ich habe sozusagen ein multiples Entstehen von Konfliktpunkten. Und das ist keine Frontlinie mehr, sondern das ist ein permanent in allen Systemen vorhandene Möglichkeit, dass irgendwo die Granate hochgeht. Und damit will ich mich wirklich nicht konfrontieren. Also normalerweise, wenn ich einen Ratschlag abgeben sollte, würde ich sagen, Leute, lasst uns gemeinschaftlich auf die Suche gehen nach der Bewältigung des Semantikproblems. Also wir müssen eine automatische Form des Sprachverstehens entwickeln. Lassen Sie uns, wenn es eben geht, die Weltwertesysteme harmonisieren. Weil wenn wir die Weltwertesysteme nicht harmonisieren, dann geht mir das sozusagen auseinander. Und wenn es dann ganz weit geht, würde ich sagen, lassen Sie uns gemeinschaftlich dann auch noch nach Rechtsformen suchen, die nicht individualistisch sind. Weil unsere Rechtsformen sind, da seien wir mal ganz ehrlich, Kleinfamilienstrukturen ist das Maximum, was wir denken können. Wir haben gerade das Erbschaftsrecht, Sie haben es mitbekommen, wer da bevorzugt wird, das sind nur die Ehefrauen, die Kinder. Aber schon wenn jemand anverwandter Bruder oder Schwester ist, wird er in diesem ökonomischen System nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, wir haben immer noch Wertesysteme in der Rechtsebene, die hoch individuell sind. Und da, glaube ich, kommen wir auf Dauer nicht mit klar.